Herzlich willkommen wieder auf dem Kanal von Fit4Finanzen zu einem Spezial. Man sieht es schon am Logo mit Investui. Da gab es tatsächlich jede Menge an entsprechenden Anlageideen, die auch vollautomatisiert laufen, wo man sich zurücklehnen kann. Aber was ist dabei rausgekommen? Da wollen wir nach dem Januar einmal auf das letzte Jahr schauen. Die Bilanzen sind fertig, nicht nur von den großen Unternehmen, sondern auch bei Investui. Und die Iris Hain wird gleich zu Gast sein. Zuvor das Intro und dann geht's los. Hallo Iris. Guten Tag, hallo Andreas. Hallo an alle Zuschauenden. Ja, da sind einige schon gespannt drauf, wie man die ganzen Strategien, die wir im letzten Jahr einzeln auf dem YouTube-Kanal schon gezeigt hatten, in Summe performten. Weil das ist ja auch ein Teil der Diversifikation, dass man nicht alle Eier in einen Korb legt, wie man so schön sagt. Besser kann man es nicht ausdrücken. Genau so ist es. Also wer vielleicht das ein oder andere Webinar schon mal geschaut hat von Investui weiß, da reite ich ja auch drauf rum. Diversifikation, Diversifikation ist einfach das, sage ich mal, der Erfolgsfaktor Nummer eins. Sowohl die interne Diversifikation, die wir haben, über die vier Markteffekte, vier Strategien, vier Instrumente. Und wir selber haben auch das Selbstverständnis, eine Diversifikation sein zu wollen, zu klassischen Buy-and-Hol-Strategien. Weil wir ja so kurzfristige Ansätze haben. Das ist ja eher ein aktiver Handel, auch als Investment über eine längere Zeit. Also wir haben gern Anlagehorizont von anderthalb, zwei Jahren, aber halt mit kurzfristigen Strategien, Positionen. Das ist ja schon relativ kurz, eineinhalb bis zwei Jahre. Also wenn man vom Vermögensaufbau redet, da geht man ja auf zehn Jahre oder mehr. Und wir sind beide jung und können auch noch viel Zeit einkalkulieren, bis wir quasi ernten sollten. Genau, das ist aber das Besondere an Investui. Also wir verstehen uns schon als Investment, haben aber trotzdem, sage ich mal, vom Zeithorizont sind wir kleiner als die klassischen Anlagen, wie du sagst, fünf Jahre, zehn Jahre. Wir sehen, das muss man ganz ehrlich sagen, da habe ich aber jetzt keine Folie oder keine Information dabei, aber wir sehen, je länger das Investment läuft bei unseren Kunden, umso besser werden die Ergebnisse. Also man weiß, jedes Investment wird auch seine Schwächephasen haben. Das schließe ich gar nicht für Investui aus. Aber unsere Erholungsphasen sind immer sehr, sehr gut. Das sieht man auch bei uns auf der Internetseite in den Chartverläufen. Und wenn man diese Erholungsphasen mitnimmt und eine Chance gibt, dann sieht man einfach, dass das ist. Und das sind ja Wiederholungen, Rhythmen, die gehandelt werden. Und deswegen, also wer mit uns, sage ich jetzt mal, uns mal drei, vier Wochen ausprobieren will, das soll es besser sein lassen, weil es gibt statistische Erwartungswerte und die kommen über die Wiederholung und die kommen über die Zeit. Da habe ich auch zu den großen Aktienindizes eine Statistik gelesen, DAX, Dow Jones, S&P, also die großen, wirklich international renommierten Indizes. Sie hatten keine Phase von länger als acht Jahren, bis nicht ein Erfolg des Allzeithochs wieder neu getoppt wurde. Also selbst wenn es auch mal 50 Prozent, wie im Jahr 2000 Crash quasi im DAX nach unten ging, der erholt sich auch irgendwann wieder. Ah ja, okay. Ja, also Erholungen gibt es. Also man muss ja auch sagen, deswegen ist ja unser Portfolio mit den vier Strategien eher long ausgerichtet. Weil wir sehen in den Märkten, rein historisch, dass die Märkte steigen. Und irgendwas war immer. Also ich glaube auch Kurt Thor-Holski hat gesagt, irgendwas ist immer und das ist auch auf der Börse so oder an der Börse so. Und alles, was wir bisher hatten, wir sind ja live gegangen vor Corona, also pünktlich zum ersten Corona-Rücksetze, als die Märkte wirklich eingebrochen sind, waren wir mit unserem Investment am Markt. Und seitdem sieht man auch, dass die Märkte schon einiges miterlebt haben in der Zeit. Ob das jetzt geopolitische Krisen sind, ob das US-Wahlen sind, Brexit sind, Zinsentscheidungen. Also das haben wir alles mitgenommen. Und man sieht aber auch aufgrund der Ergebnisse, also muss man einfach sagen, über die Zeit sind die Strategien so stabil, dass sie bis zum heutigen Tag, je länger man dabei ist, sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse erzeugt haben. Aber wir sind long ausgerichtet, weil wir setzen auf die Erholung und wir setzen dann auch einfach auf steigende Kurse. Eine einzige Strategie ist eine Short-Strategie. Die haben wir noch nicht vorgestellt, aber die ist auch so, sage ich jetzt mal, selbst erklären, das ist der Pound Shorter. Da gehen wir ja nur sechs Stunden mit einer Short-Position im Britisch-Fund-US-Dollar dienstags in den Markt und das ist auch schon die Strategie. Also da gibt es keine wissenschaftlichen Belege, sondern rein Statistik und Erfahrung. Deswegen ist die jetzt von der Erklärung her nicht so interessant, aber ja, das ist die einzige Ergänzung, die wir haben über eine Short-Position. Das hat der liebe Kortucholsky leider nicht mehr miterleben dürfen, seit rund 90 Jahren tot, aber gut, so lange gibt es die Strategien auch noch gar nicht. Lass uns da gerne mal draufschauen und du hast schon angedeutet, du hast eine Präsentation mitgebracht. Freue ich mich drauf. Ja, ich habe eine mitgebracht und jetzt schauen wir mal, ja, was wir davon zeigen, vielleicht. Gerne. Teil die gerne mal hier mit uns, rein technisch und wir können ja da auch immer in der Aufzeichnung mal Pause drücken, wenn was nicht verstanden wurde, zurückspulen. Das hat ja den Charme von so einem Video. Ja. So, dann nehme ich das mal. So, das sollte funktioniert haben. Super. Ja, also für all diejenigen, die jetzt nicht die anderen, sage ich jetzt mal, Videos von uns beiden gesehen haben, nur mal ganz kurz noch mal vom Anfang weg, was machen wir eigentlich und was ist das? Ich gehöre ja letztlich auch zu WH Self-Invest, also einem Online-Broker, der für die aktiven Trader was bereitstellt und wir haben aber aus diesem Kreis, ja, über längere Zeit die Anforderungen gehabt, für diejenigen, die nicht mehr die Zeit hatten, nicht mehr die Nerven hatten, nicht mehr wollten. Also es gab verschiedene Gründe, die sich so ein bisschen aus dem aktiven Handel zurückziehen wollten, trotzdem Interesse am aktiven Handel haben und ob wir nicht mit den Qualitäten von WH Self-Invest was anbieten können für die Passiven. Und Investui, das heißt Ihr Investment, letztlich wollen wir darüber nur ausdrücken, dass wir es für die Kunden machen. Es ist eine Vermögensverwaltung von WH Self-Invest, also eigenständiger Service. Wir sind kein eigenständiges Unternehmen und was machen wir? Wir machen etwas, was etwas anderes als Chart-Analyse, Fundamental-Analyse, losgelöst von Prognosen, Trends. Also wir nutzen kalenderbasierte Marktmuster. Das sind saisonale Erscheinungen, wiederkehrende Muster, Marktanomalien. Es gibt x Begrifflichkeiten dazu. Letztlich ist es das, dass Kalender und Kurs immer wieder sich zu gleichen Zeiten ähnlich verhalten. Es gibt verheißungsvolle Momente und oftmals liegen dahinter ja auch fundamentale Triebkräfte. Warum Marktteilnehmer sich so verhalten, beispielsweise oftmals vor dem Wochenende mit Gold in den sicheren Hafen, um sich gegen Unsicherheiten zu hatchen. Und da haben wir, das nur mal ganz kurz, vier Markteffekte dieser Art, vier Strategien und vier Instrumente. Es ist Gold, British Fund, DAX und der S&P 500. Und das sind alles kurzfristige Positionen. Und wie man hier sieht, es ist das langfristig, sieht man auf der linken Seite, das geklettete Portfolio. 2018 haben wir einen Piloten gemacht mit all unseren WH Self-Invest-Kunden, was sehr gut gelaufen ist. Und daraus haben wir dann letztlich dann Investui als Produkt gemacht. Und das ist der geklettete Durchschnitt. Und was man hier rechts sieht, das sind der Verlauf der einzelnen Strategien über die Zeit. Man sieht, nicht jede Strategie ist immer der absolute Kracher, sondern die hat auch Schwächephasen. Dafür haben wir nämlich vier. Diversifikation, haben wir eben schon gesagt, ist ganz, ganz wichtig. Und dann sieht man auch auf der linken Seite, dass das etwas harmonischer verläuft, ein harmonischer Chartverlauf ist von der Equity-Kurve, aber eigentlich über die Zeit immer in die richtige Richtung. Da drin steckt also bis 2018 einen Backtest seit 2018 zu 50% live und seit 2020 zu 100% live mit vier Strategien. Die habe ich unten angezeigt. Vielleicht zeige ich auch gleich nochmal ganz kurz die Internetseite. Ausgewählt haben wir die, weil wir wirklich über die Diversifikation einfach davon ausgehen, wenn eine Strategie mal Schwäche zeigt, dass andere das ausgleichen können. Und das ist quasi der langfristige Verlauf und was ich jetzt mitgebracht habe, ist eigentlich der Rückblick, was du eingangs gesagt hast, Andreas, wie hat sich das denn 2023 gezeigt? Und da sieht man links den Ausschnitt, das ist unser Futures-Musterdepot mit Startkapital 25.000 Euro. Wir haben hier ein moderates Risiko, also die mittlere Größe von unseren einfachen Risikokategorien, defensiv, moderat und aggressiv. Und da starten wir immer zu Anfang Januar mit und machen dann alle Transaktionen, die aus den vier Strategien, die ich eben jetzt nur mal kurz gezeigt habe, die machen wir. Und wir fanden, es war ein bemerkenswertes Jahr 2023. Zu sagen ist, und dann werden Sie vielleicht auch sagen, ja, als ersten Punkt alle Transaktionen fehlerfrei durchlaufen, das ist ja das Mindeste, was man erwarten kann von jemandem, der mein Vermögen verwaltet oder als Managed Account. Das stimmt, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir für alle Strategien, alle Positionen, für alle Kunden immer im richtigen Kontrakt, immer zur richtigen Zeit, immer mit der richtigen Positionsgröße gehandelt haben. Und das ist wirklich eine technische Spezialität, die man so, glaube ich, bei anderen Vermögensverwaltern so nicht sieht. Also da braucht man schon Know-how und die richtige Technik, um das zu managen. Das können, mir würden jetzt nicht so viele einfallen, die da in der Lage sind. Und das machen wir für Futures und CFDs, aber hier sind es Futures. Und 133 Transaktionen an sich ist ja auch ein sehr, sag ich jetzt mal, ein gediegenes Investment. Also wenn man selbst handelt und man sitzt jeden Tag vorm Rechner und überlegt, was man jetzt macht, ist man mal schnell bei 10, 15, 20 Trades, die man am Tag gemacht hat oder auch in der Woche, da sind wir weit, weit von entfernt. Also es sind, in der Regel sind es drei Transaktionen, der Friday Gold Wash, der Pound Shorter, mehr oder weniger in jedem Fall, der Turnaround Tuesday, wenn die Bedingung stimmt, sieht man auch, glaube ich, noch mal, kann man noch mal nachlesen auch oder nachhören hier in diesem Kanal und dann, ja und dann einmal der End of Month. Also es ist sehr, sehr übersichtlich, was gehandelt wird und wir haben bei allem eine positive Trefferquote, im gesamten Portfolio und über alle Strategien sind wir immer zwischen 55, 62, 63. Wir haben eine durchschnittliche positive Gewinnerwartung, auch historisch gesehen, für jede dieser Strategien, also selbst wenn wir 50 Prozent hätten, wären wir auf Dauer über diese durchschnittliche Größe der Transaktionen für die einzelnen Strategien positiv. Viele sagen immer, oh, ich hätte aber gern 92 Prozent oder 95 Prozent Trefferquote, das werden sie mit uns niemals hinkriegen, weil wir schließen, weil wir ja, das Timing, dieser verheißungsvolle Moment ist wichtig, wir steigen zu einer bestimmten Zeit ein, wir steigen zu einer bestimmten Zeit aus und das gibt die Strategie vor, das gibt der Markteffekt vor, die Saisonalität ist kurzfristig und ich will das jetzt nicht, sag ich mal, in General unterstellen, allen anderen Coaches oder ja, Strategieangeboten, die sie im Internet finden, die mit 95 Prozent daherkommen, aber es lohnt sich mal zu schauen, wie die zustande kommt, oftmals werden einfach die kleinen Gewinne dann immer mitgenommen, die Trefferquote wird nach oben geschraubt und der große Verlierer, der ist schon lange, bleibt der bleibt der im Depot und kommt nirgends so richtig zur Geltung. Das zur Trefferquote, ja und mit dem Futures Depot haben wir insgesamt 37,4 Prozent gemacht, den Verlauf sieht man, wir sind nur einmal kurz über, unter unser Startkapital geraten, nicht wundern, jetzt geht hier gerade die Jalousie runter, vielleicht wird es jetzt ein bisschen vom Licht anders, aber gleich ist vorbei. Auf jeden Fall ist das der Verlauf und man sieht auch, das sind Höhen und Tiefen, man sieht aber, dass auch die Richtung in diesem Investment übers Jahr hinweg immer sehr, sehr gut war. Es gab eine Schwächephase, die war im März, es gab eine Schwächephase im September vor dem Oktober, die ist aber dann, wie ich eben sagte, immer von sehr, sehr guten Erholungsphasen ausgeglichen worden und ja, unterm Strich war es das beste Investorjahr seit Start 2020 in der Netto-Rendite. Das ist eigentlich die kurze Zusammenfassung von 2023. Super, super, vielen Dank. Da fallen auch gleich zwei, drei Fragen hier durch den Chat auf meinen Schreibtisch, die ich dir natürlich weiterreiche. Die erste Frage ist, beim ersten Punkt, du sagtest, dass da auch natürlich viel Know-how dazugehört und auch Feingefühl, das alles auch akribisch genau umzusetzen. Sicherlich sind da auch Menschen daran beteiligt, das macht ja keine KI. Ist das gemeint, mit alle Transaktionen fehlerfrei durchlaufen, dass da nicht irgendjemand vielleicht anstatt zehn Futures mal hundert gehandelt hat? Also es muss sagen, es ist eine Mischung. Also es ist eine Mischung von menschlichem Arbeit und tatsächlich Automatisierung. Wenn wir mit den Kunden zu Anfang das Setup geklärt haben, also was ist die Investment-Summe, was ist das Kapital, was ist die Risikokategorie, dann wird das natürlich durch menschliche Hand technisch umgesetzt in ein Setup und dann wird tatsächlich am Donnerstag, Mittag um 16 Uhr für alle Konten eine automatisierte Order aufgegeben, aber genau auf das jeweilige individuelle Trading-Konto mit dem individuellen Setup. Also für was weiß ich 4711 XYZ hat sich entschlossen, ein 25.000 Futures Konto zu haben und den moderaten Ansatz und dann wird um 16 Uhr Donnerstags werden fünf Mikro Gold an der Comex auf sein Konto platziert. Das wird dann automatisch. Also da gibt jetzt keiner mehr manuelle Orders bei uns auf. Und das ist auch was, wo man dann auch ein bisschen Sicherheit hat, weil auf die Technik am Ende kann man sich ja drauf verlassen, wenn die einmal aufgesetzt ist, muss man auch. Worauf man sich auch verlassen kann bei so einer Kurve ist natürlich, dass auch auf eine Schwächephase in der Erholung folgt. Nun kam im Chat die Frage, ob man das auch mit einem kleineren Konto testen könnte, weil hier sind ja 25.000 Euro für das Future Depot angegeben, zum Beispiel, ob das auch mit CFDs abbildbar ist. Ja, ich nehme mal, vielleicht wechsle ich mal ganz kurz auf die Internetseite und da kann ich dann noch mal was zeigen diesbezüglich. So, ich hoffe, dass man die Internetseite sieht und dann sieht man auch von den Musterdepots her, wir haben ja zwei, nehme ich einfach mal das 2023er, weil das ist ja das, wovon wir sprechen und dann sieht man ja links, das ist der Chart, den ich gerade gezeigt habe, die Entwicklung über das Futures-Konto und dann rechts sieht man aber auch den Ansatz über einen kleineren Betrag CFDs. Da kann man durchaus mit 10.000, also hier steht es auch, das starten. Wir haben gesagt, ja, für das verwaltete Konto sind das für uns zwei sehr plausible und vernünftige Ansätze, mit denen wir langfristig arbeiten können und ja, und dann kann man mit Futures, man kann da höher gehen, man kann mit CFDs höher gehen, also nach oben ist nie eine Grenze gesetzt, aber das ist das Minimum, von dem wir sagen, da lohnt es sich mit einem moderaten Ansatz, ja, einfach mal zwei Jahre mit uns zu verbringen und ja, das geht, das geht alles. Und dann sieht man ja auch, also auf der rechten Seite, das war das Gesamtergebnis nach allen Kosten für das Futures-Konto und das hier nach allen Kosten für das CFD-Konto und auch hier, wenn wir mit 10.000 starten, haben wir über 2.000 Euro zumindest im letzten Jahr auch für die CFD-Kunden mit diesem Ansatz erreicht, das ist doch was, also was man, was man doch freudig irgendwie als Ergänzung zu seinem Portfolio mitnimmt. Auf jeden Fall. Man muss trotzdem ja beachten, dass man sich eine gewisse Zeit, um das, um die Strategieergebnisse auch zu erzielen, an die Strategien bindet, also du hattest am Anfang gesagt, eineinhalb Jahre ungefähr sollte man hier schon mitbringen an Geduld auch letzten Endes und das ist ja was, was wir, ich schließe mich da mal mit ein, wir Daytrader gar nicht haben Geduld und deswegen auch eine Frage hier gerade live im Chat, was ist denn, wenn es gerade mal nicht läuft und ich brauche beispielsweise das Geld, kann ich da jederzeit sagen, von den 10.000 Euro sind jetzt noch 9.000 da und ich muss meiner Frau was zu Weihnachten kaufen, ich brauche das Geld jetzt, ich löse alles auf. Ja, dann, also es gibt keine Vertragsbindung oder Kündigungsfristen, also das ist eigentlich der große Vorteil von Investui, man kann jederzeit das Konto liquidieren komplett, man schickt uns das auf, also Kündigungsformular und dann wird das Konto aufgelöst, man kann Teilbeträge auszahlen lassen, man kann den Service ruhen lassen, also da ist absolute Flexibilität gegeben, das kann man halt mit den Produkten, die wir haben, sehr gut, weil er auch, ja, mit den kurzfristigen Positionen ist ja, gibt es ja auch Ruhephasen im Konto, es gibt gar keine Positionen, da können wir jetzt auf gleich, zack, machen wir das Konto, machen wir die Kontoauflösung und das war's. Man kann sogar Positionen telefonisch schließen, wenn man das will, also ist, sage ich jetzt, nicht als Regelprozess vorgesehen, aber wir sind ja Dienstleister, also der Kontoinhaber ist ja maßgeblich der Chef im Boot oder Kapitän im Boot und der sagt, wo die Reise hingeht. Bei Teilauszahlung müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass wir, das führt aber heute zu weit, wir haben ja diese Matrix zwischen Investmentsumme und Risikokategorie und wenn da natürlich die Investmentsumme sich auf der einen Seite ändert, muss man gucken, passt das noch zur gewählten Risikokategorie oder zur Positionsgröße und dann müssen wir im Dialog vielleicht einen anderen Ansatz wählen. Das ist es. Hat mich überzeugt. Noch eine sehr, sehr spezielle Frage, aber ich glaube, die können wir, wenn überhaupt jemand dann an dich richten. Wir haben ja in Deutschland das Thema Verluste, Verrechnungsbeschränkungen, vielleicht wird es aufgehoben, man weiß es nicht, es fielen ein Dorn im Hauge, logischerweise. Fließt das damit rein, weil es um CFDs und Futures geht oder ist das als Produkt zu sehen, so wie ein Zertifikat? Also es sind beide Terminkontrakte, die unter diese Verlustbegrenzung, unter diese Verrechnung oder wie nennt es genau, sag es mir nochmal, Verlustbegrenzung. Verlust bei Rechnungsbeschränkungen. Ich hatte es letzte Woche bei Scrapple im Familienduell und da habe ich volle Punktzahl. Sehr gut, sehr gut. Ja, das fällt da drunter, also sowohl beide Produkte, Futures und CFDs. Okay, aber dann vielleicht, wir können steuerlich natürlich keine Beratung hier abgeben. Gibt es ja auch Wege, beispielsweise über eine GmbH, eine Firma oder so weiter und dann fällt man, also gut, aber das ist nochmal das Thema, was man hinten persönlich hat. Wir wollen ja vordergründig auf genau die Produkte schauen und da hast du auch noch einen Chart mitgebracht, im Nano-Trader, habe ich im Vorfeld gesehen. Ja, also ich kann den kurz zeigen, aber letztlich war es eigentlich, ich zeigen, die Erleichterung, die wir eigentlich sehen, durch das, was wir machen. So, und da ist es nochmal, weil wenn man ja ein aktiver Trader ist, oder ein Investor und es ist ja, jetzt haben wir Januar, also oft mal überlegt man ja, wo soll denn die Reise hingehen mit den Finanzen in einem einzelnen Jahr und dann liest man viel, lässt sich beraten und ja, man weiß eigentlich nicht genau, wo die Reise hingeht. Also ich weiß gar nicht, was jetzt überwiegend jetzt für 2024 vorausgesagt wird. Ich glaube, als Saisonalität mit US-Wahlen, dass es hinten raus immer sehr gute Jahre waren, also zum Thema Saisonalität. Aber wir haben ja immer noch auch Sachen wie Konflikte in der Ost oder Konflikte in der Ukraine. Wir sind mit den Zinsen auch noch nicht fertig. Also, da hat man natürlich Entscheidungsschwierigkeiten. Ja, bleibt man dabei, dass man eher long-orientiert ist oder man guckt sich an, wie verschiedene Produkte in der Vergangenheit waren. Im letzten Jahr hatten die wieder ein Allzeithoch, kommt noch ein Allzeithoch. Also oftmals gibt es so verschiedene Punkte, die einen auch verwirren können, muss man sagen, und die auch handlungsunfähig machen. Also wenn man sich das alles anliest und das wollte ich eigentlich in diesen Charts nur nochmal zeigen. Also wer hätte eigentlich gedacht, dass das letzte Jahr so läuft, wie es gelaufen ist? Ich glaube, die meisten Prognosen waren nach dem letzten Quartal 2022 eher pessimistisch. Und wenn man sich das anschaut, ich habe hier den DAX, ich habe Gold mitgebracht, ich habe den S&P 500 mitgebracht. Also man sieht in allen Charts, dass die gut zugelegt haben. Wobei Investui beispielsweise all die, die ich jetzt gezeigt habe, in Summe geschlagen hat. Also wir haben den DAX geschlagen, wir haben das Gold geschlagen und auch den S&P 500 in unserer Performance. Aber trotzdem wollte ich damit einfach sagen, all das machen wir eben nicht. Also wir gucken nicht danach, was Experte X oder Y schreibt, was in den Medien verlautbart wird, welche Prognosen, welche Trends es gibt, wie die Charts aussehen. Wir handeln einfach zu den bestimmten Zeiten unsere Strategien, weil sie statistisch zu diesen Zeiten tendenziell auftreten können. Und das macht es auch so einfach und so transparent. Und wenn man die Strategien selbst handeln will, ist das natürlich auch, also diese Saisonalität oder die Definition der Strategien sehr einfach. Also das hilft auch aktiven Tradern. Aber um dem Ganzen dann auch noch mal eins draufzusetzen, dann ist es halt das Mandat. Und dann hat man sich wirklich von allem gelöst und dann lässt man es einfach machen durch Investui. Aber wir würden niemals schauen auf ein Allzeithoch, um zu überlegen, ist die Party jetzt vorbei? Also bin ich jetzt nicht mehr dabei? Muss ich wieder auf den nächsten Rücksetzer warten? Und das alles machen wir nicht. Und das macht es einfach für alle Beteiligten, auch für die Kunden, so einfach und transparent, warum wir es machen. Das war eigentlich das, was ich kurz nur zeigen wollte. Ja, ist auch ein sehr schöner Schlusssatz. Wer dazu zu den Strategien natürlich noch mehr sehen oder leben möchte, im YouTube-Kanal gibt es das Ganze und die ganzen Informationen, Webseite, Link und so weiter werde ich unter dem Video einbinden, www.fitforfinanzen.de Schrägstrich Investui. Einfacher kann es nicht sein. Vielen Dank. Also ich war gerne dabei und vielen Dank fürs Interesse. Bis gerne zu einem anderen Mal. Machen wir das. Ja, ist ja noch jung. Danke Iris. Alles klar. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.